GP von Ungarn Während Lewis Hamilton eher enttäuschte, präsentierte sich Sebastian Vettel am Abschlusstraining hochfokussiert und in Bestform. Sebastian Vettel hat sich die Bestzeit im Abschlusstraining zum Formel 1 Rennen in Ungarn gesichert. Der deutsche Ferrari starf für Wiss am Samstag auf dem horrorigen Mercedes-Pilot Walter Ribotas mit einem Vorsprung von nur 0,059 Sekunden auf den zweiten Platz. Dreier wurde Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen vor WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im zweiten Mercedes. Dahinter landeten die Red Bull-Fahrer Daniel Rixiade und Max Verstappen. Renault-Pilot Nico Hülkenbeck fuhr auf dem 4,381 Kilometer kurzen Kurs bei Budapest die 8 schnellste Zeit. Hamilton und Botas leisteten sich während der einstündigen Einheit einen Dreher, beide in derselben Schikane. Botas klatschte mit seinem Silberpfahl sogar gegen die Leitplanke, sein Wagen wurde ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht beschädigt. Hamilton hat vor dem letzten Formel 1 Rennen vor der Sommerpause 17 Punkte Vorsprung auf Verfolger Vettel. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team